was wird gerade gespielt an den börsen der bulle ohne wiederkehr es sieht ein bisschen danach aus zumindest die indizes sind tapfer auf dem weg nach oben das ist nicht ganz überraschend gewesen die voraussetzung der letzten stunden vielen stunden war ja eher positiv gestimmt der markt hat gesagt nun reiten wir das ding einfach noch mal ein bisschen weiter und der markt ist entsprechend nach oben gelaufen was sehen wir hier beim dow jones wunderschön einen tollen aufwärts arm den wir hier haben und jetzt kommt das thema der bulle ohne wiederkehr naja gut es solange es der bulle bleibt ist alles in ordnung aber auch ein bulle braucht mal eine pause und das ist etwas worauf ich hoffe aus zwei gründen erstens für all diejenigen die jetzt sagen jetzt habe ich es doch verpasst jetzt war ich nicht mit dabei gäbe es noch mal einen einstieg und das zweite ist es würde diese bullische richtung bestätigen wenn diese wiederkehr auf eine bestimmte art und weise stattfindet wie müsste das ganze aussehen natürlich wie er ahnte schon korrektiv das heißt nach dem relativ deutlichen anstieg dem wir hier haben vielleicht irgendwie was in dieser richtung ich weiß es nicht auf jeden fall deutlich nach oben einen rücksetzer so in diesen halben bereich rein wenn ihr da nicht so richtig klarheit habt dann messt einfach vom tiefsten punkt bis zum dann höchsten punkt im moment ist es der das kann sich aber noch ändern das ist also nicht die ansage dass hier das hoch bleibt nur im moment ist es halt der höchste punkt und deshalb muss ich natürlich auf diesen punkt hin messen ist ja klar also von diesem tiefsten punkt gemessen das ist das tief zwanzigste märz irgendwann morgens in den morgenstunden bis zum aktuellen hochpunkt heute mittag und dann haben wir diese roten diese typisch roten linien hier 38 50 61 8 wenn der markt hier denn tatsächlich rein viele möglichst nicht so sehr im fallen sondern tatsächlich in der korrektur das heißt irgendwie mit mehreren überschneidungen oder drei wellig dann wären das hervorragende möglichkeiten um auch nachträglich noch mal einzusteigen und ihr könnt schon euch ausmalen dann könnte man natürlich hier im kleinen das ganze auch noch mal gucken merkt euch mal diesen bereich ich mache es mal kurz groß für die handy gucker unter euch der die zone ist ungefähr 32.400 es kann ein bisschen höher sein bis ungefähr 32.050 in etwa also das wäre so ganz grob die die zone unter der voraussetzung wenn es bei diesem hoch bliebe das aktuelle hier alle werte auf den dow jones future juni kontrakt gerechnet 32.825 hier ungefähr das hoch von heute im knapp drunter war es glaube ich also insofern dass die maßgabe die ich jetzt am liebsten sehen würde wenn ich noch mal einsteigen wollte na gut für die bestehenden positionen kann man natürlich den stop einfach hinterher trailen ob ihr das im großen stil macht und sagt wieso das haben wir doch schon häufig besprochen bleibt erst mal dabei oder ob ihr das im kleineren stil oder sogar im ganz engen stil machen wollt das ist euch überlassen es hängt davon ab welchem zeitrahmen ihr denn am liebsten verfolgt verfolgt einfach irgendwie einen trailing mechanismus zum beispiel den super trend wenn der trend läuft ist das tendenziell ganz gut wenn der trend eben pause macht dann geht er einfach raus das ist halt so also hier wäre man hier raus gegangen oder eben hier vorne also parabolik ihr seht das schon ist etwas für den späteren stop am anfang finde ich den super trend normalerweise den etwas besseren weil er etwas mehr raum lässt hier für die bewegungsrichtung wenn ich das jetzt hier so im nahkampf chart gucke ist das nicht auch schon ganz gut ja in der tat zumindest mal ist das hier mit diesen überschneidungen im moment eher korrektiv und wer sich auch jetzt noch zum späten stell dich ein hier auf die bullenseite stellen mag für den sind dann natürlich solche zwischenhochs hier mögliche entry punkte um noch mal einzusteigen allerdings müsst ihr damit rechnen dass die zielweite dann zwar durchaus gerne noch mal hier drüber geht das ist nicht immer so aber typisch wäre es aber ihr seht schon das ist dann nachher von den chance risiko verhältnissen wenn ich nicht so richtig klarheit habe wie weit das danach noch läuft dann immer ein bisschen schwierig warum glaube ich das hier zu wissen hier aber nicht das liegt einfach daran dass das die erste aufwärtsbewegung ist vorher kam der kurs von oben okay hier kann man noch sagen von der seite aber das würde ich durchaus so gelten lassen während das hier natürlich nicht die allererste aufwärtsbewegung war denn der kurs ist ja vorher schon von oben gekommen also und dieser rücksetzer ist einfach viel zu klein gemessen an der gesamten bewegung um da noch mal eine eins zu eins projektion zu haben dafür eben diese messung die ich euch hier gerade gezeigt habe also ihr seht so richtig bärisch bin ich nicht aber ich bin so ein bisschen in dem modus rechnet mal so langsam aber sicher dass da mal ein päuschen fällig wäre das ist jetzt keine zwingende ankündigung dass das passiert ich würde also jetzt nicht aggressiv auf die short seite gehen überhaupt nicht zumindest mal deutet sich das hier aus meiner sicht überhaupt nicht an aber wenn der kurs dann doch mal ein bisschen runter sagt und das auf diese korrektive art und weise eben tut wie beschrieben dann hätten wir beste möglichkeiten da sogar noch mal uns auf die long seite zu stellen das übergeordnete bild würde hervorragend dazu passen so wie sieht es beim nasdaq aus machen wir mal den zuerst da hatten wir ja auch schon gesagt insgesamt ein eher positives bild ich hatte gestern hier diese bullen flagge machen wir es so hier mal so halbwegs angedeutet ihr erinnert euch also so ein bisschen so diesen trendkanal den wir hier haben das ist klar korrektiv wir sind vorher stark nach oben unterwegs das heißt die aufwärtsbewegung ist die starke die abwärtsbewegung ist die schwache die erwartungshaltung ist dass es eben weiter nach oben geht und das mindestziel ist klassischerweise dass wir das alte hoch durchstoßen jetzt gucken wir mal hat er das mindestziel erreicht ja er hat es erreicht und hat dann entsprechend auch gesagt so mindestziel erreicht dann können wir jetzt drehen also das ist der reiz eben dieser geschichte deshalb war ich gestern hier nicht so richtig für den bullen trade denn das chance risiko verhältnis ist halt einfach bei so einer geschichte nicht ganz so doll trotz alledem es ist insgesamt ja ein eher bullisches bild und auch wenn man das hier im tageschart sich anguckt ist es ganz gut mit kleinen einschränkungen im übergeordneten denn ihr seht der mindestens der anfang war nicht so gut und man sieht ja auch dass seit diesem tief dem dezember tief das was wir da als aufwärtsbewegung hatten das ist nicht dezember tief hier januar tief da war das in etwa dass wir hier eine ganze reihe korrekturen hatten und jetzt hier im märz wieder seit der geschichte eine ganze reihe korrekturen die auch alle irgendwie wieder überschneiden sind da endlich mal nicht das ist nicht ganz optimal aber im moment ist es immer noch die bullische seite die überwiegt und jetzt ist es spannend nachdem wir hier schon drüber gelaufen sind ob das in den nächsten stunden sage ich jetzt mal sich tatsächlich in irgendeiner form so auflöst dass wir hier mal steil runter gehen und dann hier eine korrektur in die richtung bekommen das wäre dann eben quasi so der startschuss für ein zwischendurch mal short also ihr seht diese logik gilt natürlich in beide richtungen guckt immer was sie starke richtung war wenn der kurs stark hoch ist wackelig runter dann wohl eher die fortsetzung hoch jetzt würde ich fast vermuten dass dieser dreh bald kommt es ist aber vorsichtig es ist eine vermutung es ist keine ankündigung und nachher ich habe es euch immer gesagt ich weiß es nicht aber die vermutung ist absolut realistisch in diesem szenario dass der kurs jetzt so langsam aber sicher mal runter kommt meine pause hier macht und zumindest hier im fünf minuten chart beim nachstag hat man den eindruck dass wir nach den nachmittags hoch jetzt ja ein gutes stück nach unten gekommen sind sobald so eine bewegung mal irgendwas korrektives auch hier gilt wieder so grob die mitte wenn ihr das mit fibonacci nicht messen wollt nehmt ihr von da nach da ungefähr die mitte macht so ein bisschen drüber drunter das ist dann die einfache variante ich mag es gerne mit den fibonacci ist dann habe ich es ganz konkret wer das aber nicht kann oder will oder eben irgendwie unterwegs so halbwegs drauf guckt dann habt ihr so eine größenordnung wie das dann aussieht und hier wären dann die entsprechenden short trigger wenn er dann nämlich tatsächlich sagt rüdiger nice try aber wir gehen nach oben weg ja dann habe ich halt der idee falsch gelegen habe aber nicht entsprechend gehandelt denn der markt ist ja dann gar nicht entsprechend durch also wovon ich jetzt hier rede ist aktuell zumindest erstmal eine pause die ich in nähe erwarte es ist noch nicht gesagt dass sie passiert aber die erwartungshaltung ist relativ groß dafür ich sehe allerdings auch hier die gleiche argumentation dass wir streng genommen eigentlich noch mal hier drüber sollten auch beim nasdaq ob das jetzt allerdings vor dieser pause passiert oder nachher das werden wir dann sehen deshalb achtet insbesondere ihr intraday trader genau was er hier macht und ihr die ihr etwas grober unterwegs seid etwas größer unterwegs seid na ja zieht halt in irgendeiner form ein stop hinterher und sagt solange es trägt ist ja gut und wenn er dann irgendwann nicht mehr will dann habe ich halt mein zwischenspaß gehabt hätte mehr sein können aber mehr sein können klingt nicht so schlecht als wenn man irgendwo voll im verlust ist bevor ich den s&p angucke schauen wir uns den dax an denn der dax ist ebenfalls sehr stark gestiegen werden gestern hier im trade des tages den ja vorgeschlagen hier allerdings nicht auf dem index den index kann man ja nicht handeln sondern auf den entsprechenden future oder macht es mit dem cfd oder was weiß ich was ihr seht der läuft also tapfer die werte habt ihr im trade des tages gesehen oder eben im born for trading zugeschickt bekommen das ist erstmal so in ordnung und was jetzt irgendwann vielleicht ab sofort vielleicht aber auch erst später kommen müsste wäre eben genau wie wir es beim dau angefangen haben dieser rücksetzer ob das jetzt schon passiert oder ob der kurs vorher noch mal weiter klettert das ist erstmal noch offen aber wenn er diesen rücksetzer in korrektiver form macht dann fände ich es hervorragend wenn er anschließend diese marke triggert und damit den nächsten long sozusagen noch mal wieder auf die spur bringt so ist das also das ende dieser abwärtsbewegung bis dahin zumindest aktuell würde ich jetzt nicht unbedingt short gehen denn wir haben eine starke aufwärtsbewegung ja aber kann der markt nicht trotzdem sofort drehen ja kann er ich habe ein gutes beispiel hier ist ein relativ stark hoch und ihr seht er ist sehr sehr stark runter das heißt wenn ihr hier ihr würdet ja machen wir mal das einfache beispiel hier erwarten dass er hier in die mitte zurückfällt und wenn ihr seht dass der hier wie ein stein runter plumpst dann ist das eben genau nicht das was wir bräuchten für eine korrektur dann seid ihr schon sehr argwöhnisch und dann habt ihr die möglichkeit wenn er wackelig hoch kommt entsprechend noch mal sich auf die short seite zu positionieren und wenn er das lange zeit nicht macht naja dafür ist der trailing stop da der dann eben sagt naja vielleicht nicht ganz so eng aber irgendwie naja solange es weiter klettert ist super aber wenn er dann tatsächlich dreht dann lieber irgendwo hier raus als später hier wenn er dann wirklich hier nur abc und wieder hoch geht kann ich ja auch wieder reingehen auf ähnlichem niveau habe ich nichts gewonnen nichts verloren aber ich habe das risiko dass er durchfällt eben vermieden ausschließen will ich es nicht streng genommen erwarte ich immer noch dass der kurs früher oder später da runter geht also da bin ich mir naja relativ sicher ist eine doofe aussage aber es wäre extrem typisch dass der markt dann noch mal hingeht allerdings kann ich mir natürlich auch vorstellen dass er das eben erst zu einem späteren zeitpunkt fortsetzt aktuell sehe ich es noch nicht und deshalb aktuell hier short zu gehen da kennt ihr mich dafür bräuchte ich so etwas da bin ich sehr gerne auf der short seite mit dabei solange das nicht passiert werde ich noch nicht short gehen bin ja nicht verrückt na gut das lassen wir mal so im raum stehen aber gucken uns den s&p 500 noch mal an gegen ende und ihr seht auch der ist tapfer nach oben gelaufen gestern in einem video hatte ich 3 zu 1 gesagt weil drei märkte eigentlich sehr stark waren und der s&p so ein bisschen in dem einfluss guckt euch mal diese bewegung an das ist genau nicht das was ich gut finde für einen bullenmarkt wir haben viel zu starke kursüberschneidungen das hier ist ein rücksetzer das ist ein rücksetzer und die überlappen die überschneiden sich das ist eigentlich nicht so dolle wenn ich mir das mal so angucke und deshalb habe ich die sorge dass der rücksetzer den ich vielleicht bei den anderen noch einigermaßen als inzwischen rücksetzer rücksetzer verkauft habe dass der hier beim s&p 500 zumindest noch mal in die zone 3800 fällt und dort dann eben die frage dann aufkommt bricht er die marke oder hält er sie mal gucken wie die marktteilnehmer hier reagieren wenn sie die diese situation nutzen und sagen ja jetzt haben auch genug gesehen jetzt drehen wir viele glauben nämlich tatsächlich dass die charttechnik sich damit beschäftigt hier ist eine linie da dreht der kurs nee das ist ja quatsch der markt weiß doch nicht wo die linien sind die marktteilnehmer wissen es aber unter umständen schon und wenn die marktteilnehmer eine linie angeboten bekommen für den dreh diese aber nicht nutzen um dann wieder zu kaufen dann ist das ein zeichen wenn sie den markt hier durchfallen lassen heißt das nee die marktteilnehmer glauben aktuell nicht mehr in das gute im markt und sind eher auf der verkaufsseite und es bleibt wahrscheinlich dann verkäuflich bis man dann später wieder irgendwo in diesem bereich sich dann wieder findet aber das ist eine andere geschichte und die sollen andermal erzählt werden im augenblick würde ich hier natürlich im nahkampf chart ein bisschen ähnlich argumentieren solange es wackelig runter geht eventuell noch mal long allerdings ist dieses gesamtbild hier das schlechteste von allen indizes für die bullische seite das heißt hier würde ich am ehesten wohl hätten wir hier eine scharfe abwärtsbewegung und etwas wackeliges hoch die short seite nehmen denn das würde zu diesem übergeordneten bild aus meiner sicht am besten passen was für euch jetzt am besten passt was für euch die richtige handelsstrategie ist ich hoffe dass ihr da das richtige für euch findet ich drücke euch auf jeden fall die daumen dass ihr da fündig werdet und freue mich wenn wir uns bald wieder hören bis dahin macht's gut liebe grüße